Ich zieh dich hier rein, blöde Assi, ey. Mir ist scheißegal, ob du das willst oder nicht. Ich will das nämlich auch. Ich will nicht, dass du da reingehst. So, komm her jetzt. Komm her rein. Komm her rein jetzt. Oh, danke. Und wieso bin ich da mit drin? Was? Nein! Was ist das hier? Was ist hier los? Siehst du sterb' ich auf die assigsten Arten überhaupt? Was? Ich hab's doch geschafft! So, nochmal das Ganze hier, ne? Das schaffen wir schon. Irgendwie wird das was. Mach das nicht erstmal. So, komm her, du schweißt keine Null. Ja, was zu erledigen. Ich muss dich nicht dahin bringen. Du läufst jetzt zur Zeit noch in die richtige Richtung. Das unterstützt dich. Das unterstützt dich total. Das kann, klar, kannst du weiter lang gehen. Das finde ich gut. Ja, ja, das ist okay. Ich fühl dich schon mal ein bisschen ab, damit du mal ein bisschen runterkommst, ne? Okay, jetzt geh' ich in die falsche Richtung. Ja, perfekt. Da musst du hingehen. Das ist doch super. Du machst das ja super. Du gehst ja schon von alleine dahin. Das ist ja fantastisch. Mann. Ist ja richtig ein lieber Kettenhund bist du ja. Mann. So, ne? Ich komm so ein bisschen weiter. Und so, und dann war's doch für dich. So weitergelaufen wird nicht. Mitkommen. Ich nehm dich jetzt mit zu einem schönen Ort. Und diesmal spring ich nicht selber rein. Nur, dass du's weißt. So. Dankeschön. Oh mein Gott. Huh. So, gehst du jetzt besser, du Scheißkettenhund? Ja. Hast dich ein bisschen abgeregt. Finde ich super. Anzeit mag er das Fahrrad nicht. Okay, kommst du hier so dummer Spruchen, die anscheinend nicht. Okay, das ist schon ne blöde Scheißdreckweg sagt, wie die denn jetzt scheiße niemand wissen will. So, ööö, vergessen niemals zweimal am Tag zu duschen oder so. Okay, alles klar. Ja, ganz ehrlich, da geht zweimal am Tag duschen, aber reicht völlig aus, ey. Aber vor, aber nachher, gut, letztens. Ja gut, kommt auch wahr, ne? Manchmal bin ich da schon ein bisschen bekloppt, was das eigentlich. Gut, äh. Würde ich sagen, gehen wir wieder raus hier. Dann machen wir gleich weiter in dieser Karte, weil die so coole ist. Also eine Mission krieg ich, glaube ich, auch hier, ne? Eine Mission wäre da, glaube ich, noch drin. Gut, eine machen wir noch und dann würde ich sagen, es ist auch immer wieder gut, da habe ich mir zwei Tage etwa so. Nein, das muss ja bis Donnerstag greifen, wenn ich meinen Dienstplan gerade sehe. Oh, je, ne. Muss ich mal gucken, nachher auf die Zeit. Hm. Ich muss deswegen jeden Tag was haben, ne? Will auch hier mit irgendwas versorgen können. So, auf jeden Fall war da ein Yoshi-Ei gewesen, da unten irgendwo. Glaub ich. Hab ich das denn gesehen? Hab ich nicht irgendwo Yoshi-Ei gerade gesehen? Ja doch, irgendwo da oben war eins. Gut, dann machen wir das so mal. Gehen wir mal das Yoshi-Ei suchen. Ach, verpiss euch doch. Verpiss euch. Ach man, sie wollen sich nicht verpissen. Nein. Ich kriegst du niemals. So, yeah. So, du willst eine komische Frucht haben, die niemand kennt. Ja, das ist natürlich toll. Ja, ihr macht irgendwie so einen coolen Dance. Oh, man ey, ihr feiert immer ohne mich. Ja, ihr werdet jetzt auch nicht mehr auf die. Wieso ist Mario denn auf dir? Der ist auch hauptsächlich zum Feiern gekommen. Und die Eltern, wie die ganze Scheißarbeit machen. Es ist die Strong Arbeit. Okay, alles klar. Geh mal mit dieser blöden Zitronen los und bring dieser blöden Kadaver-Yoshi irgendwas. Ah, ehrlich ist er gleich. Orange ist er gleich. Orange, cool. Hast du das gehört? Er ist gleich orange. Ist ja eine tolle Farbe. Ist ja richtig toll. Gag. Okay, nochmal rüberspringen. WOAW!! Okay, jetzt trommel Bongos. Kommt dazu. Ich kann euch aufessen. Lecker! Lecker! Ich habe euch aufgegessen! Lecker! Ich habe alles aufgegessen! Cool, ne? Das mache ich auch noch mal weg. Ok, mach's gut Yoshi. Mach's gut, du mal. It's long Yoshi! Okay, das ist die Verrückte, die ich jemals gebracht habe. Okay, weiter geht's, Yoshi! Wo fallen wir überhaupt hin? Okay, alles klar. Ja, von mir aus. Gehen wir hier hin. Wow, Yoshi, ne? Echt heftig was wir hier erleben, ne? Voll geil, Yoshi, ne? Yeah, Yoshi, geil, ne? Wir fallen runter, Yoshi. Entschuldigung, ne? Richtig geil, ne? Voll geil, ne? Ja, geil, Yoshi, ne? Wir fallen runter. Voll gut, ne? Geil, ne? Guck mal. Ja, Yoshi! Voll kacke, ne? Fuck! Ich esse mein Mikrofon jetzt auf. Okay, ich hab meine Meinung gerne, da geht er nicht wieder hin. Ich hab keine Lust mehr. Ich hab keine Lust mehr da was zu machen. Habt ihr gesehen, was ich da machen muss? Bin mit Yoshi irgendwo langgegangen. Toi, ne? Damit haben sie so viel erfahren über meine Mission, dass ich auch mit Yoshi nicht langgegangen werde. Das ist ja alles. So, nein. Ich muss noch 6 Minuten circa aufnehmen. Also machen wir noch eine Mission. Seit dann hab ich eine halbe Stunde und dann kann ich 13 Minuten Parts hochladen und das wäre die auch sehr glücklich. Ja, okay. Rote Münzen und Korallenriff. Dann wird das vielleicht noch ein bisschen länger, ne? Das könnte sogar klappen von da sein. Das ist ja richtig spannend. Voll spannend ist das hier. Player des Sol. Rote Münzen und Kack Korallenriff. Ganz viele Schnabeltasenmäuse laufen hier rum. Die sind im Urlaub. Ja, ich glaube sie ist jetzt gerade wieder gekommen. Ich weiß es nicht. Kann sein. Doch, doch, doch. Die ist wieder gekommen. Die ist jetzt wieder da. Ist wieder da. Okay, alles klar. Runtergefallen. Ganz viel Schnabeltasenmäuse. Oh, tut mir leid. Aber ich brauch das Geld. Ich brauch das Geld. So, okay. Tschüss. Mal sehen. Korallenriff. Ne? War doch so gewesen. So, Korallenriff. Hier kommen wir! Yeah! Und das ist ein Schwarm mit Viechern. Und, äh, in einer roten Münze. Da kommen wir her. Aber er! Soll ich halt auch weg zu schwimmen. Das ist das Strong Stuff. Das ist ja nicht auch noch. Ich brauch ja auch noch das Strong Stuff, Fischies. Fischies! 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 It's so strong, Fischie! Okay, alles klar. Gehen wir weiter gucken hier. Ja, ich weiß. Du kriegst keine Luft. Ich muss nämlich immer leicht so ein trauriges Geräuschen machen, nur weil du eine schon scheiß luftpunkt aber diese können auch ein bisschen bääääää halt ne das ist ja was wie zu übertrieben oder so durch so was denn da die rote Münze kann direkt auf mich zugeschwommen das ist ja auch mal was ne dann erleben wir auch nicht alle Tage okay was haben wir noch irgendwo sind hier bestimmt noch irgendwelche Münzen ja ist ne Münze die schnappen wir uns natürlich gerne ich liebe diese ich mag diese Mission sehr gerne also hier so ein Korallenriff einfach ein bisschen rumschwimmen so ein bisschen Münzen sammeln bisschen Spaß haben bisschen genießen diese ganze Umgebung hier das ist richtig angenehm für mich also das hat doch die was findet ihr nicht also ein bisschen genießen hier das ganze richtig mal zeigen was sie machen so alles drauf mit seiner grafik in so ein bisschen wasser zeigen das ist ja fantastisch ist das ne das ist nun hier mal gerne ein bisschen näher ran damit ihr das alles ein bisschen besser sehen können hier ist richtig schön richtig schön hier drin herum steht also ja ich bin im Urlaub ich bin Mario und ich genieße das ich genieße das hier dieses dumme Geräusch nicht immer kommen oder wäre das heißt noch nicht schöner aber ich bin nur wieder so gut wie möglich das ist ja noch eine rote Münze ne das ist ja richtig toll ist das ja ne der voll geil ne also ich glaube wir uns auch mal so und dann wieder nach oben so und eine rote Münze fehlt uns jetzt noch wo könnt ihr die denn sein eine rote Münze ist hier noch irgendwo versteckt in diesem Chaos aber die ist ja auch nicht so weit entfernt das kann ja nicht weit weg sein muss jemand der stellt sagen also hier ist keine hier ist keine schwimmen wir mal weiter hier ne so weit kann ja nicht sein so mal gucken hier ist keine da ist keine hier ist keine wie sieht's denn da hinten aus ne hier ist auch keiner ist was sie sind hallo möwe das ist schön dass du auch mal ins bild kommst aber die wollte ich eigentlich gar nicht sehen ja ich weiß du willst mich aufessen das wollt ihr immer ich wollte mich gerne essen mario scheint einen einzigartigen geschmack in deren mund auszulösen vielleicht liegt es daran dass wir unbedingt essen wollen so wo ist denn so eine das ist ja nur ein ort der mir einfällt wo noch eine sein könnte dass wir jetzt hier irgendwie an die ränder nun so ist ja immer so gesehen hat der dazwischen gehen da war doch noch was irgendwie zwischen den riffen da war noch mal eine kleine abgrenzung ja hier hier war das genau so was ist denn hier ist hier vielleicht auch eine münze ich gehe mal kurz gucken gucken wir uns noch mal um nein hier ist nichts aber ich habe da noch eine verfehlen wussten die letzte münze ich versuche sie gerade zu finden aber ich finde sie nicht online das ist heute traurig eine sehr sehr traurige geschichte die euch egal erzählt von einem mario der seine rotmünze nicht findet da ja ja so ihm jemand schwimmt wenn er in den waren in densels spitzen in den siegten hier in den in den haben in den 50 sterne in den so kann das lassen ja ich würde sagen wir uns das nächste mal weiß über mara sunshine wenn wir so eng an sterne ein die nicht auf die schnelle holen kann kurz überlegen nein in dem sinne wird schon noch einen schönen tag bis zum nächsten mal das war sunshine bei 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 geht sich